Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mache ich einen kleinen Ausflug auf die Weinebene. Wir sehen uns dann, wenn ich auf der Weinebene bin und zwar wieder im Winter, weil es liegt noch Schnee. Grund für den Ausflug ist, weil ich werde probieren einen Timewap wieder zu machen, wie ich auf der Weinebene fahre, weil ich unbedingt den Saugnapp 4 ausprobieren möchte. Die GoPro Hero 9 ist schon montiert und hoffen wir, dass ein gescheites Video wird. Wir sehen uns, wenn ich auf der Weinebene bin. Tschau! Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau, 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 tschau. Vielen Dank.